in der Ruhr ich hatte noch nicht mehr also nicht mehr als der Waffenland der Umweltsamilien aber die ist er in der Nähe einfach ein Drittel ein Gründer und was macht der Zettel hier sieht der hat ein Schuss hat nur mit der Latt auch nach wir wollen nicht mehr der hat eine Kugel, man sieht denn auch gerade so aus Der Flanke überlöst! Der Flanke überlöst! Der Flanke überlöst! Der Flanke überlöst! Alter! Warum spielt der bitte als Pionier? Alter was! Eine Kugel! Die hätte ich so einfach... Hab dich gerettet! Hä lol? Deh de... lol Ich erschieß den auf einmal mit der Incentive in unser Team gemoved! Was war das? Sein Feind! Alter! Lol, lol, was zum... Komm, komm, mach, 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 Leute! BOOM! Nee, hab... Doch, Doppelke... Ja, der Master! Du bist da! Nein, das hat das nicht! Blub! Oh, 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 oh! 1, 2, 3... 3 hab ich gekillt! Nice! Ja, toll! Ich geh'n behinderten Stützpunkt! Jetzt kann ich dir was zum Fahren geben! Nee, brauch' ich nicht! Ich brauch' ne... Ja, genau! Wie kill hast du gerade gemacht? Fünffach Kill! Nein, das hast du dich da runtergehalten! Hä, was, ich... ich hab' jede paar Sekunden ein neues Kit! Lol! Hahahaha! 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 Der ist in meine Claymore gerannt! Der ist in meine Claymore gerannt! Der hat mich so unglaublich erschreckt! Ich hab' eine Maus auf mein Schoß gerissen! Hahahaha! Hä, die... Lol! Lol? Was? Hä? Auf einmal springt er in die... Heh? Alter... LOL... Was? Hä? Lol, ich werd' beschossen! Rated survivors. Lol! Loll, Loll, meine Hand ist richtig hart verwackt. Loll, Alter, was ist da los? Was soll ich geschnitzen? Jetzt geht... Loll. Das ist so verwackt. Ja, das ist doch. Loll, was ist das? Maschall, das habe ich gegen ihn gewonnen, jetzt natürlich. Loll, ja, 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 neul. Das ist so aus sketchbar! Geil. So viel einfacher, wenn man mal zusammenarbeiten will. Ich habe auch gar nichts gemacht. Doch, dass ich angeschaut habe. Ich wusste nicht, wo das ist ja nicht. Scheiße, war das geil.